Jetzt sind wir immerhin schonmal rum. Hier, ja. So. Man kann den Spinner an der Tür hin. Erstmal wieder hoch hier. Zack. Da kommt... Wieder der wunderschöne Sand hin. So. Mal gucken, ob wir noch ein Glas da haben. Was ich aber sage. Bevor wir jetzt wieder die ganze Zeit die Monsterfälle rumhängen. So, ich fange jetzt mal das da hin. Beziehungsweise habe ich hier noch Bode drin. Ne. Da aber. Da auch nicht. So. So. Einmal. Da kommen noch zwei rein. Und dann. Erstmal gleich jetzt da hin. Und da hin. So. Ach ja. Hier haben wir auch noch Sand. So. 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 auf die Beta wechseln. Das Projekt wird aber trotzdem weiter Minecraft Alpha heißen, weil wir in der Alpha gestartet haben. Das Ziel mit diesem Projekt ist es irgendwann vielleicht in den neueren Versionen anzukommen, aber in der Alpha Welt noch zu haben. Deswegen möchte ich jetzt auch ein bisschen erkunden, damit die Map schon ein bisschen generiert wird und alles. Ich weiß gar nicht, was ab der ersten Beta-Version schon neu war oder ab wann die Betten allgemein kamen. Würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, die Betten kamen am Anfang der Beta. Da ist Zuckerrohr. Und da kamen wir einen Kompass. Diese Berge, die sehen schon geil aus. Auch vom Weiden. Also, wir können da hier so einen kleinen Rückenpunder zutreffen. Oh Gott, dieses Schwimmen. Oh. Ups. Bisschen dicht gemacht. Da. Oh Gott, schwimm schneller. Los. Stehe ich nämlich mit. Ach ja, die Alpha Welt. So. Da noch mal Zuckerrohr. Was hast du? Das sind doch kleine Piratenbüge. Ola. Größerer See. Wie ist es jetzt? Hilfe. Ich speichere Vorsichtshilber mal zwischen. Ne? Also, man weiß ja nie. Ja, bitte speichere ich ein bisschen schneller jetzt. Danke. Und weiter geht's. Ui und ui. Blub, 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 blub. Da ist jetzt unser Zuhause. So ein kleines Türchen gemacht. Bisschen mal um unser Spawnpunkt herumgehen. Das ist ja auch so eine kleine... Also, diese Berge, ne? Also, da irgendwas drauf zu spawnen. Das ist wirklich die Map hier. Witzig wäre es, wenn wir jetzt irgendwie noch einen Spawner befinden sollen. Also, wenn wir noch einen Spawner finden sollen in der Oberfläche, was in der Alpha-Version ja relativ häufig vorkommt. Zumindest am Spawnen gefühlt. Ähm, ja dann, ne? Das heißt, das zweite Mobfalle. Ah. Mal gucken. Ja, okay. Aber... Nicht hinfallen hier. Oh, hallo. Hallo. Ah, das ist ja... Komm, da wäre sowieso noch Holz brauchen. Wollen nicht, sobald ich weiß, ob der Beta ist denn auch irgendwann das Blätter-Decaine, die da hinzugefügt worden ist. Das ist, was wir ja so eh endlich brauchen. Wo hab ich denn das eingesammelt gerade? Ne Rose. Oh, da ist... Da ist... Wann, da ist ein Köbel? Gibt's hier Köbelze schon? Ja, Köbelze. Ja, wir haben Köbelze gefunden. Ich bringe einen nicht viel, aber... Ach, hier kannst du sie noch nicht mit Achse bauen. Komm, mit dem Schwert ging es am schnellsten. Ach, hier, die schönen Berge. Ich will, die vorne hoch geht es wieder. Oh. Keine Hölle oder so. Also, kann es wahrscheinlich auch mal wieder Tag werden? Da ist eine Hölle. Musik. Einsam auf einer Insel gestrandet. Hallo? Ist wir da? Umgeben von Zombies. Ne. Da ist nix. Da hinten müsste unsere Basis sein. Oh. Eieieiei. Ja, sorry. Hilfe. Konnt jetzt nicht schnell genug. Da habe ich Kumpfungstum schalten. Neul. Weiß Polenallergie. Mich wundert eigentlich, dass ich noch keine Heilschwärts nach. Stimmt, da sind wir runtergefallen von. Da geht jetzt die schöne Sonne auf. Also, wenn... Übrigens, wenn ihr sagt, äh... Bau da vorne was, ne? Dann ist das nicht... Ich bau da was. Das ist die Berge der Vollwahl. Also, da so. Dieses Gebiet da, ne? Jo. Okay, die Harzmusik. Ähm, ja. So. Da ist ein... Deh ich nämlich mit. Auch wenn's nur eins ist. Und, hopp, und hopp, und hopp. Hier ist nix, okay. Nein. Da ist unser... Das ist jetzt halt... Das ist ein Witz. Ich hab das nur aus Spaß gesagt. Vorhin. Das ist... Das ist ja... Das ist der Wahnsinn. Also, ihr... Ihr wisst, was das bedeutet. So. Hahaha. Ist ja geil. Also, diese Map, ne? Redstone, noch ein bisschen Springpulver. Ich hoffe aber, das ist dann mal so ein Skeletz-Spawner oder so. Weil Knochen und so kannst du immer gebrauchen. Knochen und Pfeile. Aber Knochen... Gab's ja schon Knochen? Knochen gab's ja noch gar nicht. Aber später erst. Ja gut, eigentlich nehmen wir unsere Falle später sowieso noch. Wir sind weiter müssen, ne? Ah, ich hab keine Schaufel mehr. Egal. Müssen wir halt so durch jetzt kurz mal. Das ist das... Aber das ist... Hab ich schon mal erwähnt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Alphan-Oberfläche irgendwie ein Dungeon findest, sehr hoch ist. Und da hinten ist unser Haus. Da vorne. Da. Das ist der Wahnsinn. Das ist halt... Ne. Das ist... Dann würde ich halt gleich schon am liebsten hierbleiben und gleich losbauen. Ich weiß mal hier. Oh. So. Ich damit... Werden wir hier natürlich schön... ...den Blick frei machen. So. Eigentlich würde ich so ein bisschen weiter reisen, aber... Das ist ja echt der Wahnsinn, ne? Das... Das ist... Das kannst du auch keinen erzählen. Kannst halt echt keinen erzählen.